Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Origins, jetzt hätte ich mich schon wieder fast verplappert am Anfang, ist ja nicht zu fassen. Wir sind hier mitten in der Gotham City Merchants Bank und wir haben hier unten 5 Leute mit Waffen und die wollen von uns weggebasht werden und insofern, ups, sag ich mal, Glück auf. Oh, jetzt ist, äh, das ist der Rockel quasi, zwei Gegner, cool, der Rockel war das, ja, Rockel, wir wissen's, so, ähm, ich mach mal, ist das der Stinker wieder hier, das läuft ja alles super, das ist ja wieder ein super Start in den Tag. So, auf, auf. Bam, Hallöchen, ich bin's. Mein Name ist Batman. Roman, du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren? Roman, ich suche den Joker. Der Joker? Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Und sie, Sir? Der Joker klingelt da. Verdammter Hurensohn, du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann. Tot. Ganz so, nee, einfach mitspielen darfst. Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sajones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung. Verglichen mit dem, was ich noch vorhab. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie acht winzige Rentiere. Sie ist tot. Oh Gott. Puh, du schuss, du schuss, du schuss. Fett. Okay. Und ein Gebäude um ihn herum hochgejagt habe. Die Fledermaus immer noch lebt. Wenn er tot wäre, wäre er eine Leiche. Hier ist keine Leiche. Da ich weiß, dass das unmöglich ist, gebe ich dir die Chance, deine Realität mit meiner abzugleichen. Falls dein Spatz mehr und solch gewählte Worte nicht verarbeiten kann, hier noch einmal in Gangstersprache. Töte die Fledermaus, oder ich töte dich. Irgendeine Spur von ihm? Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Was wolle er denn weg? Vielleicht ist er nicht verletzt. Oder vielleicht ist er sie genauso flink wie Blöden. So, wir machen das mal hier auf die altmodische Art. Schön durch. Ah, Shitfacken. So, weg, 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 weg. Boah, der war natürlich selten dämlich. Wow. Alter Falter. Leck mich doch. Wieso? Leerbomber. Hä? Hast du einen Knall? Alter, Batman. Wow. Wow. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier in Deckung gehen kann. Ich glaub, ich hab ein Problem. Was ist das? Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Spielkameraden. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Nee, hatten wir nicht. Also ich zumindest nicht. Ähm. Okay. Wir haben ein Problem. Ich muss mal gucken, bevor ich da angreife, wie man sich hier eventuell vor den Schüssen in Sicherheit bringen kann. Ob ich einfach unten bleibe? Ich glaub, unten ist, glaub ich, die bessere. Unten ist die bessere Variante. Ach so, das ist der Typ da mit dem Störsender. Okay, vielleicht war die Idee, dass das, ähm, 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 lautlos geht, ja gar nicht so verkehrt. Ich hätte mich bloß nicht von dem Ehen da sehen lassen dürfen. So, dann warte ich mal die Beden ab. Und gehe dann... ...sinnvoller vor. Okay, da kommt der mit der Dings. Flup. Wieder Luft. Comic. Okay, ein neuer Treppich für das Wohnzimmer steht an. ...bringt mir den Kadaver der Fledermau. Ich hoffe, den kann ich so ausschalten. Für eine Wande knallharter Straßensträger liegt hier ziemlich schnell auf der Matte. Wie konnte Black Man so im Geschäft bleiben? Sehr gut. Ja, verdammt. Und damit haben sie mich. Aber vielleicht schaffe ich's trotzdem noch. Das sieht aus wie mein Mittagessen. Mh. Solange sie mich noch nicht wirklich gesehen haben, sondern nur ihre Leichen, habe ich vielleicht eine Chance, wa? Für eine Wande knallharter Straßenschläger liegt hier ziemlich schnell auf der Matte. Wie konnte Black Mask so im Geschäft bleiben? Hier wurde noch einer vermöbelt. Kommt her! Diese Idioten kümmern sich eh nicht umeinander. Oh, das ist übel. Das ist wirklich, wirklich übel. Wie krieg ich die am besten? Verteilt euch über den Raum, der wird ja nicht immer vorbei. Verdammt. Ich grübel gerade so ein bisschen. Also ich würd's gerne mal versuchen, Stealthy zu machen. Also alle so irgendwie lautlos. Der ist jetzt dran. Ach, da sieht mich der da hinten hin, wa? Warum gehen die jetzt immer zu zweit? Hm. Ihr Schwachköpfe, versaut mir die Pläne! Da könnt ihr mal mit ein bisschen Ausmunterung versuchen. Ich find das grad ein bisschen herausfordernd hier. Hi. Ich hau ab. Sollen sie doch die anderen um ihn kümmern? Der Job hätte eigentlich nicht so stressig sein sollen. Die begucken sich immer. Das ist oll. Hier beim Aufkommen zuzusehen, werft mir das Herz, Batman. Und steht heute Nacht eine große Menge Spaß bevor. Lassen wir also nichts abrufen. Hier drüben, Leute. Ja, verdammte Kacke. So, ab um die Ecke. Alter, lauf! Wow. Ist ja klar. So, jetzt du da hinten. Zack! So, jetzt ihr wieder hier. Autsch! Ach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird ein Spaß hier. Oh, schade, schade, Schokolade. Schade, schade, Schokolade. Wo hat er das denn her? Um Gottes Willen. Ach, Mann, oh. Gut. Dann müssen wir uns hier doch wirklich Zeit lassen. So leid es mir tut, Ladies and Gentlemen. So leid es mir tut. Hm. Da zieht sich alles jetzt ein bisschen. Aber ich hab, also, ihr könnt's ja mal gerne in die Kombis schreiben. Gibt's ne andere Möglichkeit? Oh, wenn ich das jetzt hier schaffen würde, gäbe es eine andere Möglichkeit. Einfach mal mit Skill vermutlich, wa? Skill, was dir fehlt, Johan Mann. Alles klar. Hm. Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Wo soll er denn? Ich bin... Krieg ich den noch? Krieg ich den nicht mehr. Zack, dann geh ich mal drüben hin. Wo ist er hin? Ah, fuck. Okay. Vielleicht gab's deswegen hier so viele Gänge zum Erkunden. Okay, den ist immer los. Scheiße. Okay, also, wir schießen auch hier durch. Alter. Oh mein Gott. Na gut, wir machen folgendes. Ähm... Wir machen hier einen Cut and Break und ich versuche mal, mich hier so ein bisschen umzugucken und zu gucken, ob ich irgendwo Möglichkeiten finde, wie ich hier diesen Schüssen aus dem Weg gehen kann. Weil so funktioniert es ja nicht so oft, die Hau-drauf-Methode. Und vielleicht finde ich ja einen Weg. Nicht wahr? Ja, in dem Sinne, ich danke schon mal für das Einschalten. Sorry für die Skype-Geräusche im Hintergrund, aber... Na gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Beim nächsten Mal. Also, nö, dann machen wir das hier alle platt. Also, alle. Bis dahin. Tschüss und bis dann.